So, heute befinde ich mich mal hier in Holland und zwar in Apeldorn und hier gibt es eine Art Zoo, der heißt Berg- und Bus-Apenhöhle, was so viel heißt wie Affengelände und die Sensation hier ist, hier laufen die Affen tatsächlich frei rum und jetzt werden viele sagen, wieso, das ist doch in Holland schon immer so. Nein und jetzt will ich mal schauen, was hier so passiert. So, hier auf dieser Ankündigungsstafel stehen zum Beispiel alle Neuigkeiten, die im Zoo passieren. Hier sehen wir, es ist ein Gorilla-Baby geboren. Herzlichen Glückwunsch auch an Oliver Kahn und seine Frau von hier aus. Und wenn Sie diesen Park besuchen, bitte bitte halten Sie sich an die Regeln. Hier niet pinnen. Verstehen Sie? Bitte pissen Sie woanders. Hier niet pinnen. Hier geht´s schon los. Was bist du denn für ein Affe? Tretter weg. Ganz ausgefallene Tiere hier. Was für ein Affe bist du? Ich bin Deutsch. 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 Deutsch Affe. Ja, die sprechen ganz komische Sprachen auch hier. Kannst du etwas sagen? Ja, ich spreche ein bisschen Englisch. Oh, Affen, die Englisch sprechen. Das ist übrigens hier auch der gleiche Zoo. Der gleiche Affenpark aus dem Rudi Carell ist. Oder? Geil. Ja, ist ja gut. So. Nein. Er hat das verwechselt hier. Das hier macht man nicht hier dran. Dieses herrenlose Makaki-Äffchen ist jetzt zum Aufräumen unterwegs. Guten Tag. Das stimmt. Guten Tag. Sie laufen hier auch frei rum? Ich gehe hier frei rum bis vierte nach sechs und dann gehe ich nach Hause. Ach, Sie gehen nach Hause? Ja, ja, ja. Aber Sie sind morgen früh wieder hier? Morgen früh um 10 Uhr bin ich wieder da. Ja, stimmt. Das ist auch eine Sensation, dass Sie hier frei rumlaufen. Sie machen Spaß, ja. Nein. Welche Art sind Sie? Welche Art Affen? Ich bin Homo Sapiens. Homo aber. Ja, ja. Homo nicht aber. Homo nicht. Okay. Auch dieser lustige Affe hier, der auf meinem Kopf sitzt, hat außerordentlich gefallen gefunden an meiner Mütze. Hallo. Hallo. Lass meine Mütze an. Ja, okay. Was schmeckt es dir denn? Wie schmeckt ihr denn das Mikrofon? Das ist ja so lecker, das Mikrofon. Ich hab das. Ja. Und zwar, sollt ihr durchlaufen, ohne dass die Affe dir was tut? Also. Hör. Ja, das Mikrofon. Das Mikrofon. Jetzt lass den Kopfhörer in Ruhe. Lass den Kopfhörer in Ruhe. Lass den Kopfhörer in Ruhe? Wir haben nur einen Kopfhörer. Boah. Ja, genau. Entschuldigung. Sie wissen schon, dass Sie die Äffchen nicht mit nach Hause nehmen dürfen. Das was? Die Äffchen müssen Sie hier lassen. Hier lassen. Sie? Die Äffchen müssen hier bleiben. Nicht mitnehmen. Nicht mitnehmen? Nee. Die Äffchen bleiben hier. Sie gehen nach Hause. Ja. Aber die Äffchen bleiben hier. Du warst für die Frau? Ja. Ja. In Amstel. Ja. Graut. Genau. Ja. Ja. Genau. Die Äffchen. Die Äffchen bleiben hier. Ja, ja. Die Äffchen. Ja, ja. Ja, ja. Oh, da brauchst du keine Angst haben. Ist doch alles normal. Kein Problem. Ist doch kein Problem. Ich bin doch völlig normal. Ist doch gar kein Problem. Ist doch kein Problem. Ich bin doch der Kanche, Anne.